Aber bitte mit Hude. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trails in World 3, der Danny Spitters. Moin und willkommen zurück in Hude. Heute übernehmen sie die Frühschicht im Personenverkehr zwischen Bremen und Oldenburg. Also ist der allererste Zug heute. So, wie soll uns... Wie kann ich denn jetzt nicht laufen? Was ist denn das jetzt? Aha, ey. So, steigen wir mal auf hier. Wir müssen natürlich als allererstes mal den Fahrtrichtungsschalter einstecken, den nach vorne verlegen. Den Bremsschlüssel, äh, auf ein. Die Türen in Regeln, an welcher Seite stehen wir denn jetzt? Hier, glaube ich, ne? Ja, ist richtig. Ähm, die Lüfte einschalten. Die... 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 Die ist natürlich hier. Die Rutschentzbeleuchtung ein. Das mal. Äh... Die... 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 Die Verein. Die... 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 So, wir verriegeln die Türen. Ich mache natürlich noch die Spitzensignale an. Aber auch auslösen. Da wir zu wenig Lokomotiven haben, müssen sie, sobald sie in Oldenburg erreicht haben, Kopf machen, das Ende wechseln und den Zug nach Bremen übernehmen. Ja, das ist heute unser Job. So. Das machen wir soweit. Dann können wir eigentlich auch abfahren, würde ich sagen. Auf geht's. Erste Station. Wüsting. Wenn ich den beiden befreie. Bis zum nächsten Mal. Dann kann man die Al Colombikin auf der 보낸地. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. immer schön mit fingerspitzengefühl aufschalten also ihr habt es mitbekommen, wir müssen nachher die Lok noch umsetzen von dem einen Zugende zum anderen Zugende und dann mit dem Zug wieder zurück nach Bremen fahren von Oldenburg aus also wir haben eine ganze Menge zu tun mit diesem Szenario umso besser würde ich mal sagen sind heute natürlich ohne Steuerbank unterwegs weil sonst wird das ganze Umsetzen ja keinen Sinn machen logischerweise auf das Umsetzen, abkuppeln und drankuppeln da freue ich mich schon sehr drauf endlich mal ein bisschen Arbeit, ein bisschen Action so so, dann sind wir gleich schön Wüsting für Gegenzug mit Steuerwagen für Gegenzug mit Steuerwagen wir können auch gleich schon mal ein bisschen abschalten hier weil es ist nicht mehr weit so, dann geht's so, dann geht's das sollten wir auch relativ pünktlich schaffen ich denke schon ich denke schon ich denke schon wunderschön 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 so soll man ein bisschen warten eigentlich immer ein gutes Zeichen das heißt, dass wir relativ pünktlich sind dass wir der Abfahrtzeit eigentlich schon ein ganzes Stück voraus sind da oben steht's Oldenburg Hauptbahnhof so, auf geht's nächste Station sind wir schon in Oldenburg und dann beginnt die große Arbeit so, dann geht's so, dann geht's gut so 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 das war jetzt erst im ersten Mal bei Fahrstufe 22 so es ist und gut weit verkommen normalerweise darf der ja sowieso nicht schneller als 140 und du seht's da oben höchste zulässige Höchstgeschwindigkeit 140 kmh Da wollen wir uns auch daran halten. Ich weiß, ich bin vorhin viel zu schnell gefahren. Aber es ist auch ein Beweis dafür, dass der doch 160 fahren kann. Nicht darf, aber kann. N-Bahn dürfen das wahrscheinlich nicht. Die sind dafür nicht ausgelegt. Die dürfen wirklich nur 140. Warum passte das auch mal ganz gut mit der Baureihe 218? Weil die durften konnte selber nicht schneller als 140 oder durfte nicht schneller. Deswegen hat das da immer ganz gut gepasst. Gleich noch 160. Das schalten wir schon mal ab. Jetzt drücken wir mal die Sifa. Gehen wir mal langsam zurück auf 60. Ein bisschen quittieren. Das schalten wir mal ab. Jetzt warte, die Lücke auf der Bühne verlassen. Die Säule sind wichtig. Die Säule sind wichtig. Eine Säule sind wichtig. Die Säule sind wichtig! Da sind sie in etwa 20 Minuten. Zurück die Säule sind. Sie können sich die Säule auf 0.5 Minuten. Die Säule sind wichtig. Ich bin der Säule. Erstens der Säule sind wichtig. So, das hätten wir ausweiten gereicht. Dann bleiben wir mal bei 55, ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Ich bin sowieso in anderthalb Kilogramm dann da, so sie fahre. Witzig. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber... Bevor wir in die Zwangse kassieren, warum da jetzt wieder 160 steht, das muss auch keiner wissen, oder? Na ja, egal. Da waren wir mal tiefrichtig. Da kommt ein rund 500 Hz Magnet, da dürfen wir sowieso nicht zu schnell sein. Sonst gibt es nämlich mehr Kaffee. So, jetzt kommen wieder die 40. Wir fahren hier schön geschmeidig in den Oldenburger Hauptbahnhof ein, sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir jetzt noch mal wieder an, wie wir die Kirche eine brauche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche und Kirche, die Kirche, die Kirche und Kirche. So, jetzt kommen wir jetzt mal hier, ich hab. So werden wir in Oldenburg. Wunderbar, Türen entriegeln, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Kuppeln Sie jetzt die Lokomotive ab und machen Sie Kopf, ja, das werden wir tun, das heißt wir werden den Zug erstmal hier verlassen, hinunter steigen, normalerweise muss dafür ja der Stromabnehmer gesenkt werden, aber lassen wir das jetzt mal, so, zack, jetzt steigen wir wieder in unsere Lok ein, schließen die Tür, setzen uns hin, speichern hier erstmal ab, würde ich sagen, nur zur Sicherheit, so, dann lösen wir die Bremse, schalten langsam auf, noch ein gutes 500-Hels-Mann-Geläte, sollen unter 37 bleiben, über 34, 31, unter 28, 20, gut sagen wir bleiben bei 20. Da müssen wir nämlich Befehl 40 drücken, äh, Siefer natürlich. So, befreit, ein bisschen schneller, aber nicht zu schnell, sonst tausenden wir über den anderen Höhepunkt drüber weg, das reicht. Ja, da muss ich jetzt, ja. Ja, da muss ich jetzt sein. Ja, da muss ich jetzt erst in der Aussage sein machen. Dann schaue ich am Ende, wenn ich, wie es jetzt versteckt tun zuvor. Ich gebe schon auf Sedan, wenn wir die Bremse, damit jetzt nicht, in der Bremse, in der Bremse ist es, dafür ist es jetzt nicht zuvor, weil ich das beschaue, ist und wir jetzt nicht zuvor. Vorher klären, dann könnt ihr nicht zuvor. Das ist ein bisschen mehr, was wir Alex finde, dann kann es nicht zuvor. Und jetzt hier gibt es jetzt schon erst einmal, und ich mache, wir jetzt noch da, Ach, will der wirklich, dass wir da Punkt draufstehen? Gibt's doch gar nicht, oder? Das darf nicht wahr sein, ich nicht. Jetzt aber, stellen Sie in den Richtung, Schalter auf Aus, das machen wir. Den Bremsschlüssel auf Aus, das machen wir. Dann den Abstecken. Und uns natürlich in den anderen Führerstand begeben. Ähm, ja, das war mir klar, dass das nicht möglich ist. Da müssen wir tatsächlich außen rum. Und dann machen wir das, wenn's da nicht geht. Den Maschinenraum dürfen wir nicht. Schade eigentlich. So. Laufen wir mal. Tür auf. Äh. Hinaufsteigen. Lassen wir die Tümer offen. So. Richtungswender wieder einstecken. Borne verlegen. Ach so, äh, natürlich. Bremse lösen. Dann geht's weiter. Ja, das ist der nächste Punkt. Bein uns. Bleiben wir bei Fahrstufe 2, würde ich sagen. Will hier gar nicht zu schnell aufschalten. Given wir die Farb. Oops. Wir fahren jetzt rechts an unserem Wagenpark vorbei, auf die andere Seite. Wir müssen dann wieder an unserem Wagenpark landkuppeln und wir dann in die entgegengesetzte Richtung praktisch wieder nach Bremen fahren. Wunderschön, wunderschön, jetzt war ich zu schnell. Ne, ich habe nicht quittiert, das ist dein Problem. Ich habe nicht quittiert, das war mein Problem. Okay, kann passieren. Das kann passieren. That's the way it is. Da war ich einfach zu schnell, Punkt um. Da war ich einfach zu schnell, beziehungsweise habe ich nicht quittiert. Hier müssen wir wieder Befehl 40 drücken. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe doch quittiert, mein Gott. Mann, 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 langsam verstehe ich das auch nicht mehr hier. Echt nicht. Ich habe quittiert, ich habe P4 40 gedrückt, alles. Also ich habe es gestern mal angespielt, da ist mir das nicht passiert, komischerweise. Naja, es bringt ja nichts, sich aufzuregen. Also, aber trotzdem, das sind immer so Sachen, weiß ich nicht, die einem so ein bisschen den Spiel Spaß nehmen. Man quittiert, man ist nicht zu schnell und trotzdem kassiert man eine Zwangse. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Da habe ich die Bremse kurzzeitig touch nach angezogen und schon bremst er bis zum Gegner. So gar nicht, ja. So, hier dasselbe. Wir gehen uns wieder zurück auf den anderen, den anderen Führerstand. Sag mal. Manchmal ist das komisch. So. Wir legen hier ein. Jetzt setzen wir uns auf den Lokführersitz. Dann sollen wir erstmal den Richtungswender einstellen. Beziehungsweise einstecken. Natürlich. Vorwärtsstellen. Bremsschlüssel auf ein. Das Führerbremsvistil auf fahnd. Aber wir haben aber noch rot. Das heißt, wir werden jetzt erstmal jetzt haben wir grün. Ah, okay. Jetzt dürfen wir. Bremse ist gelöst. Dann dürfen wir langsam aufschalten, würde ich sagen. Jetzt dürfen wir das, 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 das fortfahren mitgemäß. So. Jetzt dürfen wir. Ist doch komisch. Gerade wo es rot war, konnte ich dich kontaktieren. Jetzt wo es grün ist und wir haben Fahnen sind, da soll ich es auf einmal kontaktieren. So. Dürfen nicht schneller als 40. Bei uns ist nicht möglich. Beziehungsweise sollen unter 45 bleiben. Beziehungsweise schneller als 40. Bleiben jetzt einfach bei 20. Langsam auch die Nase voll. Zum Vergleich beim Roten Sieg. Beim 500-Hertz-Wang geht wieder zu schnell. Okay. Jetzt. Wenn jetzt dann unsere vier Waggons ankuppeln. Fällt da oben ICE her? Oder sch... Ne, so lang ist der nicht. Das flimmert so komisch. Ich dachte schon. Kann ja gar nicht sein. Bisschen bremsen. Da nicht so allzu dolle dran sausen. Na. So. Wir machen das hier ganz professionell. Nur nicht zu schnell da dran sausen. Dann würde ich sagen, steigen wir aus. Kuppeln an. Stellen Sie den Richtungswind auf aus. So. Was machen wir? Bremsschlüssel auf aus. Entfernen Sie den Richtungswind auf aus. Dann dürfen wir uns wieder umsetzen. Ich weiß, wir gehen hier wieder raus. Wie ist denn die Tür? Da bringt es die Oldenburger Hauptbahn aus. So. Wir gehen aufsteigen. Tür schließen. Wir reinsetzen. Und da... Bremsschlüssel auf ein. Türen erriegeln. Gute Arbeit. Bringen wir diesen Zug nach Bremen. Ja. Ich würde sagen, wir speichern aber erstmal ab hier. Und machen daraus zwei Videos. So. Ich würde sagen, ihr seht mich dann in dem nächsten Video, wo wir dann nach Bremen fahren. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Servus und Tschüss. Euer Dedeni Spieters. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wir immer gar nichts. Ihr seht mich dann im nächsten Video wieder. Beziehungsweise hört mich wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Servus und Tschüss. Euer Dedeni Spieters. Bye bye. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.